Was geht YouTube? Willkommen zurück. Wie ihr wisst, darf man ja im Moment nicht auf Skateboxen oder öffentliche Plätze und deswegen haben wir uns entschieden, heute mal ins alte Opel auszugehen. Hier gibt es so ein paar DIY-Rampen, die Skater mit der Zeit gebaut haben. Die anderen kommen auch gleich und machen das Beste draus. Ich mache noch ein bisschen. Was geht? Bis zum nächsten Mal. Junge, Alter. Ja, der Stein hat sich verschoben. Alter, Junge. Anscheinend sind die Cops gerade vorbeigefahren. Das Ding hauen wir jetzt schnell ab, bevor es noch irgendwie Stress gibt. Oh shit, wo? Was? Es sind da Boden da auf der anderen Seite. Es kam hier noch von der anderen Seite anscheinend. Jetzt waren sie da hinten lang. Davor waren sie jetzt da vorne im Aus. Wir gehen jetzt über die Schienen. So, wir sind jetzt nochmal zurückgefahren, weil Marlon noch was vergessen hatte. Und ein paar Skater haben es nicht ganz geschafft rauszukommen. Aber die Polizei war anscheinend noch recht höflich und hat jetzt keine Anzeigen direkt verteilt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch da geblieben wären, dann hätte es Anzeigen gehagelt. Und ja, leider war es das schon mit dem Webisode. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam genug. Und bis zum nächsten Mal. Peace!